Liebe Zuseherin, lieber Zuseher, mein Name ist Christoph Sudi und ich heiße Sie recht herzlich zur 63. Sendung von VulkanTV willkommen. In dieser Ausgabe sehen Sie folgende Beiträge. Das Jubiläumsfest 10 Jahre Pfingst Delikatessen, das Wirtschaftsbund Golfturnier in Bad Gleichenberg, den Spatenstich für die Fußball-Sportanlage in Preding, die Diskussion ÖBB Zielnetz 2025 Plus und eine neue Umfrage von Schnörlg Frockt. Vielen Dank.